In der Öffentlichkeit wurde immer wieder behauptet, dass die beteiligten 3000 Wissenschaftler und Prüfer im Vorgehen des IPCC alle einer Meinung wären. Dieser sogenannte Konsens besagt, dass sich das Klima weiter erwärmen wird und dass der Ausstoß von Treibhausgasen die Gefahr einer Klimakatastrophe verursacht habe. Aber die Dokumente von Klimagate haben offenbart, dass selbst das Hockey-Team, die kleine Elite der Klimaforscher, keine einheitliche Meinung hat. Ein Streitobjekt war das Abklingen der globalen Erwärmung in den letzten 10 Jahren. Fakt ist, dass wir gegenwärtig keine Erklärung für die fehlende Erwärmung geben können. Und es ist ein Witz, eine Parodie, dass wir das nicht können. Hier ist, was der führende amerikanische Klimaforscher Kevin Treberth kürzlich seinen Kollegen der CRU vorjammerte. Er fuhr mit seinen abweichenden Gedanken fort. Wie könnt ihr nicht mit einer Aussage übereinstimmen, die ausdrückt, dass wir in keiner Weise auch nur annähernd wissen, wohin die Energie geht oder ob sich die Wolken verändern, um den Planeten heller zu machen. Wir haben ja kaum begonnen, etwas von der Energiebilanz zu wissen. Die Tatsache, dass wir nicht erklären können, was im Klimasystem geschieht. Eine wichtige Aufgabe der CRU ist es, die Temperaturmessdaten und die Computerprogramme zu pflegen, die gebraucht werden, um die globale Mitteltemperatur zu berechnen. Diese Daten sind es, die sich Jones so standhaft geweigert hat, zur unabhängigen Überprüfung freizugeben. Die jetzt öffentlich gewordenen Dokumente offenbaren einen möglichen Grund für die Geheimhaltung. Die wissenschaftlichen Daten und Computercode im Zentrum der Weltpolitik sind in einem Zustand, dass sie nicht einmal mehr für die Leute zu entziffern sind, die mit ihrer Pflege beauftragt sind. Kürzlich wurde ein jüngerer Programmierer hinzugerufen, der Harry genannt wird, um das Chaos zu durchforsten. Harrys verzweifelte Kommentare sind jetzt öffentlich. Oh, schsch, es ist Sonntagabend. Ich habe das ganze Wochenende gearbeitet. Und gerade als ich dachte, dass es fertig ist, bin ich auf das nächste Problem gestoßen, das auf dem hoffnungslosen Zustand unserer Daten beruht. Es gibt keine gleichförmige Integrität der Daten. Es ist nur ein Katalog von Dingen, der immer wächst, wenn wieder etwas Neues gefunden wird. Es ist genau diese Datenbank, die Harry so verwünscht, aus der die mittlere Temperatur der Welt berechnet wird, von der behauptet wird, sie sei um 0,7 Grad während des 20. Jahrhunderts angestiegen. Das ist auch für die Zukunft wichtig. Die Computermodelle, die einen weiteren Anstieg der Welttemperatur vorhersagen, werden mit diesen CRU-Statistiken überprüft und kalibriert. Wenn diese Modelle die 100-jährige Erwärmungskurve wiedergeben können, die von der CRU erfunden wurde, dann sollen sie angeblich auch das Thema bis zum Jahr 2100 voraussagen können. Viele Forscher fragen sich, ob das Phänomen der sogenannten städtischen Wärmeinseln ausreichend in die Berechnung der mittleren Welttemperatur durch die CRU eingeflossen ist. Ich habe Phil Jones oft über E-Mail gefragt, welche Methode er benutzt, um die Wärme der Städte zu berücksichtigen. Und ich habe nie eine Antwort bekommen. Städtische Wärme meint die gemessenen höheren Temperaturen in bewohnten Gebieten im Vergleich zum Umland. Der Energieverbrauch ist ein Grund für diesen Effekt. Hier ist die Temperaturkurve für Bratzk in Russland. Die Messwerte zeigen, dass sie recht gleichmäßig war, bis eine große Papierfabrik Mitte der 70er eröffnet wurde. Und hier kann man die Erwärmung sehen, die von der Papiermühle verursacht wird. Dadurch ist die Temperatur in Bratzk dramatisch angestiegen. Nordrussland und Sibirien haben viele Orte, wo städtische Erwärmung deutlich ist. Viel Energie wird während der langen und kalten Winter verbraucht. Die Jahresmitteltemperaturen in Städten sind bis zu zwei Grad höher als in der umgebenden Wildnis. Wenn wir Jakutsk anschauen, so war es bis in die 60er Jahre eine zurückgebliebene Gulag-Stadt ohne viel Industrie. Wie man sehen kann, fing dann die Entwicklung der urbanen Erwärmung in Jakutsk recht deutlich an. Das Phänomen kann man Stadt für Stadt im nördlichen Russland beobachten. Ganz klare Hockeyschlägerkurung für die letzten 50 Jahre. Aber wenn wir zu den Wetterstationen auf dem Land gehen, dann ändert sich das Bild. Zarzan, warm in den 30ern, warm heute und dazwischen kälter. Die Dixon-Insel im arktischen Meer zeigt keine signifikante Erwärmung. In den 30er war es dort viel wärmer als heute. Dudinka folgt dem gleichen Muster. Der Norden Finnlands ähnelt Sibirien. Professor Antero Jervinen ist der Direktor der Kilpis-Jervi-Forschungsstation in Lapland. Er hat die arktische Natur 40 Jahre studiert. Er hat Langzeittemperaturmessungen gesammelt, das Knosten der Birken wie auch die Brutzeiten der Trauerschnepper aufgezeichnet. Diese zeigen überhaupt nicht viel Erwärmung. Aber da ist auch keine Abkühlung. Es ist mehr oder weniger so, wie wir es seit Jahrzehnten hatten. Wir können nichts Dramatisches feststellen und es scheint für Spitzbergen dasselbe zu sein. Auch da tut sich nichts Wesentliches. Bei den Wetterstationen in der nördlichen russischen Wildnis wiederholt sich das Muster, das in Sodankühle im finnischen Lapland zu finden ist. Warm in den 30ern und dann eine Abkühlung und seit den 70ern wieder eine Erwärmung. Aber nicht so stark wie im Jahrzehnt vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber die Erwärmung der Städte hat die russischen Temperaturmessungen stark verzerrt. Das gleiche gilt für China. Wie haben Professor Jones und die CRU dies in ihren Berechnungen der weltweiten Temperatur berücksichtigt? Kaum. Unter den veröffentlichten E-Mails ist die von Jones, in der er erklärt, dass die einzige Weise, wie sie den Effekt der Wärmeinseln berichtigen es ist, diese Stationen ganz unberücksichtigt zu lassen. Gemäß der E-Mail von Jones hat die CRU nur 38 von insgesamt etwa 2700 Stationen entfernt. 31 davon sind in Nordamerika und 7 in Europa. Die Liste der Wetterstationen der CRU schließt immer noch mehr als 200 nicht berichtigte russische Stationen mit ein, unter ihnen alle großen Industriezentren. Das bedeutet, dass die globale Kurve von Jones fehlerhaft ist. Sie zeigt nicht das Klima, sondern etwas völlig anderes. Selbst das IPCC hat zugegeben, dass ein großer Teil der Erwärmung von 0,7 Grad im letzten Jahrhundert durch natürliche Schwankungen verursacht ist. Die Menschen tragen möglicherweise gerade mal die Hälfte davon bei. Wenn man aber die Wärmeinseln mit berücksichtigt, dann kann der durch das Treibhausgas verursachte Teil nur einen Bruchteil davon ausmachen. Das CO2 selber kann dabei einen so geringen Einfluss auf die Erwärmung haben, dass er innerhalb der Messfehler verschwindet. Es ist durchaus möglich, dass die Klimaveränderungen von der Sonne beherrscht werden, obwohl die direkte Strahlung sich nicht genug ändert, um solche großen Veränderungen zu bewirken. Es ist interessant zu sehen, ob die Effekte des Sonnenwindes auf das Klima sich als die Haupttriebkraft herausstellen. Es wäre eine Überraschung, eine große Überraschung für die Klimawissenschaft, aber das ist völlig möglich. Und in diesem Falle wäre jede Klimaveränderung vor allem von der Sonne verursacht. Die endgültige Wahrheit über das Leck oder den Hack bei der CRU wird sicherlich im nächsten Frühling ans Licht kommen, wenn die unabhängige Untersuchung beendet ist. Das Leck wird auch von der Polizei von Norfolk untersucht. Eine Aufgabe der Untersuchung ist es auch herauszufinden, ob Professor Jones gegen das Informationsfreiheitsgesetz verstoßen hat. Jones ist von seinem Posten zurückgetreten und wartet auf die Ergebnisse der Untersuchung. In den USA hat der Klimagate-Skandal zu einer internen Untersuchung an der Penn State Universität geführt, um festzustellen, was ihr weltberühmter Professor Michael Mann gemacht hat. Der Skandal kann möglicherweise zu einer Öffnung der Klimawissenschaft führen und diese von gewissen Flecken reinigen. Nun lasst uns abwarten und sehen, was aus den Untersuchungen herauskommt und welche Konsequenzen diese für das IPCC haben werden. Ich bin sehr davon überzeugt, dass die Bandbreite des IPCC erweitert werden sollte, indem Beiträge von anderen Spezialisten und aus der Raumfahrt mit einbezogen werden. Es ist überaus wichtig, dass wir alle möglichen Mechanismen erforschen, wie die Sonne und der Weltraum im Allgemeinen das Klima beeinflussen können. Die Wechselwirkungen zwischen den ionisierten und neutralen Teilchen in der Atmosphäre sind sehr wichtig. Und wie ich schon sagte, können diese einen sehr großen Einfluss auf die Klimaveränderungen haben. Vor allem möchte ich gerne sehen, dass der Klimawandel kommt, damit die Forschungsergebnisse als korrekt bewiesen werden können, egal welche Konsequenzen dieses hat. Deine 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 The Climate Gauge I think you have sealed your fate I hope you do